Die Weidhofner Opernregisseurin Anna Bernreiter hat einen Nachwuchsregiepreis für junge Opernregisseure gewonnen. Die 35-Jährige bekam den mit 7.500 Euro dotierten Friedrich-Götz-Preis für eine Inszenierung an der neuen Oper Wien. Im kommenden Jahr ist das Regie-Talent in Deutschland und Frankreich für Operninszenierungen gebucht. Einige kurze Videoclips haben ihn zum Star gemacht, den Typ des Bauern Louis mit seinem derben Humor. Mit seinem Programm Best of Louis aus Südtirol gastiert der Kabarettist in der Johann-Pölz-Halle am Freitag, dem 4. März um 19.30 Uhr. Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert ab 26. Februar 2022 erstmals die Kunstsammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. Die Gemälde und Grafiken erzählen Geschichten von Verfolgung und Widerstand gegen das NS-Regime und beschäftigen sich darüber hinaus, auch mit der französischen Resistanz und dem spanischen Bürgerkrieg.